Servus, liebe Freunde der Sonne! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... ... The Forst! ... mit dem Dommi... ... und dem kleinen Fogi hier. Hallo! Hm, hallo! Mhm. Ey, jetzt bin ich der Koten-Negger! Seh ich grade. Spannerei! So! Oh, Fisch! Aber... Was? Haben wir Fische? Nee, da ist ein Fisch drin. Echt? Ein einziger. Kleiner aus Fisch. Nee. Wir waren nur nicht da hinten stehen geblieben. Beim Fällen... Hä? Wieso ist die Farbe jetzt hier anders? Das war doch vorher rot. Nee, der war vorher rot. Seine Scheiß. Schon gewundert, ich geh jetzt zur Falle hin, oder? Hä? Also die Flagge, wo die Höhle ist, die ist... Mhm. Ja, die war jetzt aber gelb. Das ist sehr komisch. Haben die vielleicht die Dinger umgehängt? Diese Wichser. Du Leguan! Fick dich! Oder anschein'n nicht. Es gibt doch viel weniger Tiere, ne? Auf dem Schweden kann's krass. Ja, außer Fugies, die sind... Einigermaßen... Ja, Gott sei Dank, sonst wären wir schon lang verhungert. Jetzt wird zum Schlitten in die Falle reinfahren, oder? Ja, da fliegt's aber hoch, ey. Da hab ich jetzt hier viel fertiggebracht. Müssen wir wieder was reparieren wahrscheinlich? Schätze schon. Da wahrscheinlich. Nö. Ah. So geht das nicht. Was machst du denn? Nein, zwar. Hier muss ich reparieren. Nein. Hier, oder? Hä? Gar nicht mal. Interessant. Nichts zu reparieren. Ja, doch. Vogel reparieren. Was? Kann man da draufhauen, oder ist er weg, oder was? Ja. Sehr gut. Ich hab den Vogel repariert. Das war eigentlich zu bezweifeln. Ja. Da fliegt eine Feder. Hinter dir, links. An der Mauer. Schnee! Sie sinkt runter! Du musst reparieren. Kinder schnapp ich sie mir. Oh, da ist noch eine. Domi reparieren. Denk mich. Ich bin der Reparaturmeister. Der Reparatur. So, ich würd sagen, das bauen wir jetzt noch zu Ende, oder? Hier vorne. Ja. Wenn wir endlich mal dazu kommen. Fünf Stämme brauchen wir noch. Und da ist der Fünf-Stämme-Baum. Wann ist das, der Fünf hat? Der Große, der dort füllt's. Bin mir leider nicht zu sich. Nee, nicht schon wieder. Sind schon wieder da? Ja. Mei, nimmt denn das kein Ende? Ja, der war schon angeschlagen. Und bloß so einer, oder? Ja, und der hat einen Pfeil im Kopf gehabt. Ist der nur Überblirme? Ja. Jetzt tu da ein bisschen abhängen, da am Stamm. Ich glaub, jetzt fällt er runter. Ist er müde. Äh, fällst du jetzt auch einen? Was? Vielleicht... Bringt doch gar nix. Nein, ich jagen einen Vogel. So. Ich fäll' einen Vogel. Ungefähr so. Ich müsste doch da unten jetzt auch wieder Zeigel sein. Das war ein Baum. Alter, jetzt geh halt drauf. Also... Kaputt. Oh. Äh... Oh, shit! Da unten sind Mutanten. Wo? Im Dorf. So. Ja, im Dorf. Leck mich doch mal! Sag mal, ist das jetzt grad auf unser Lager? So, das sein müssen. Der letzte Baum muss aufs Lager fallen. Da ist ein Grauer. Ach, leck mich am Arsch. Bist du jetzt so rassistisch, oder was? Dass du sogar auf die Grauen losgehst? Tja. Der hat angefangen. So. Du hast sogar eine nackte. Ah, jetzt nervt's mich nicht rum. Ich hab oben ein Stirnband an und ich seh' nix. Was? Was laberst du? Ja, der hat da oben so ein Stirnband überm Kopf. Vor die Augen. Und eine ist in die Falle rein, gell? Schön. Ich bin verfolgt. Bist verfolgt? Alter, die sind jetzt auch noch da, oder was? Jetzt reicht's aber langsam, gell? Alter. Willst du mich jetzt verarschen? Ah, ah, ah. Ich brauche noch Baumstämme. Jetzt müssen die wieder unser Lager kaputt machen, oder? Scheibenbar. Jetzt hat er... Die Drecksau, jetzt hat sie was kaputt gemacht. Dumme Schlampe. Aua! Der zieht ein Drittel des Lehm ab, ey. Ah, wieder reingeraufen. So ein Depp. So. Jetzt haben wir endlich alles verbaut. Geht's bei dir? Ich komm mit noch einem. Blup. So. Eine hab ich schon mal kaputt gemacht. Sehr gut. Ich mach den anderen. Das Schöne ist, wenn der einmal in dieser Phase drin ist, wo er nacheinander passiert, dann ist er weg. Ja. Meistens, wenn da nicht einer von hinten oder so kommt. Ja. Und man nicht vorbeigeht oder so, weil der komisch wegfällt. Jetzt nervt's mir heute nicht. Da steckt ein Pfeil drin. Haben wir uns schon mal getroffen, ja? Ja. Alter, hier geht's aber ab, ey. Machst du das grad. Nein. Hast mich fast umgebracht. Ja, der mich auch. Das bummst mich nicht. Das ist nur einer, gell? Sack. Der greift dich jetzt an. Und ist drüber gesprungen. Du hast sagt, im Dorf sind Mutanten? Mhm. Zwei Stück von... Auch nochmal solchen, glaub ich. Nochmal in Medizin. Dankeschön. Alter. Müsst du mich verarschen. Geht er nicht hier? Bats. 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 Jetzt kriegt er aber beide Seiten, ey. Und geht nicht drauf. Jetzt bin ich wieder fast tot. Jetzt. Hört. Und nochmal drauf. Voll erleben. Also. Langsam wieder. Muss ich jetzt wieder was reparieren? Wahrscheinlich schon. Na, bestimmt nicht. Nö, nö. Ey schon wieder... ...immer diese... Na ja. Hier, schau hier ist ein ganzer Ball weg. Ist jetzt eis zu? Oh, oh... Was denn? Das war's? Hast du das auch gehört? Ja die da waren das vor. Hey, da ist in die Falle rein! Geil. Und der ist tot! Echt? Ja, der Falle töte den. Nice! Hey, der Vogel... Jetzt hab ich daneben geschossen. Nee, guck mal hier, du. Zoing! Er brennt. Das mag der nicht. Das mag er nicht. Oh, der hat es kaputt gemacht. Warum? Jetzt geht alles kaputt hier. Da kann ich nichts zu. Zoing! Mag der nicht mal hier durchlaufen? Können's probieren. Ja. Los, hey, du. So. Hey! Jetzt ist die Falle kaputt. Scheiße. Irgendwie geht hier alles zu Bruch gerade, oder? Ja. Toll, das war dann die. Na ja, Abrissparty, Junge. Irgendwo hier muss man einen Pfeil stecken. Da steckt der Pfeil. Nein! Mich machst du nicht platt. Ha! Ich hab sein Bein getroffen. Ich hab den Pfeil wieder aufgesammelt. Toll, danke schön. Du bist ein Arsch. Ich bin der Pfeilesammler. Von der ganzen Pfeile. So, wunderbar. Alles kaputt hier. Wahnsinn. Das geht nicht alles. Ja, aber komm. Ach komm. Reparieren. Ach, den kann man nicht reparieren. Da ist der Schild oder irgendwas? Ja, immer noch einer. Ah ja, das ist einer mit einer Keule. Der ist hinter dir. Alter! Willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen? Ja, schön stehen bleiben. Das ist gut. Jetzt triffst du noch nicht, oder? Jetzt triffst du noch nicht, oder? Ha! Ha! Fixer! Oh, dann ist noch mehr. Hey, der ist gar nicht schlecht, der Bogen. Man muss halt nur treffen, gell? Ach was. Alter! Schon wie? Jetzt hab ich's grad repariert. So ein Fixer. Ha! Ha! Komm mal her. Geil, ich hab genau getroffen. Das war ja leicht. Meine Pfeile? Du fixest! Das war meine Pfeile! Ich hab halt keine mehr. Ich hab 30. Ich hab 30. Ich hab 25. Vorher nur. Aber ich hab grad mit dem voll aufgeladenen Schlag getroffen. Der ist sofort umgefallen. Reparieren. Ja, du! Muss reparieren. Mit Pfeilen alle! Alles reparieren. Ha! Nice! Also so, ich hab die Pfeile. So vier, fünf Pfeile und so einer ist weg. Sicher? Ja, ich hab's grad ausprobiert. Ich hab den mit Pfeilen alle gemacht. Das sind die Brandpfeile ja gar nicht so viel stärker. Ich glaub schon. Weil die brennen halt dadurch. Reparieren. Aber ich hab das Gefühl, dass der Brandschaden an sich nicht so viel stärker ist. Auf dem Schwer ich gar nicht. Nee, der macht... Nee, wirklich. Wie viele Pfeile habe ich jetzt? Nur noch... Fünf. Bäh, bist du hässlich. Ich hätte ein paar Pfeile. Ah, shit. Ich hab zu wenig Fehler mittlerweile. Da. Toll. Bommi, wo bist du? Hier. Dankeschön. Ist es eine oder fünf Pfeile? Was? Fünf natürlich. Ja, aber auf dem Bild war nur eins. Achso. Ja, werden schon mehr gewesen sein. Pfeile. Dankeschön! Du benutzt. Du benutzt sie eigentlich nicht. So, jetzt muss ich aber nur... einen Vogel damit alle machen. Wunderbar. Ja. Komm, jetzt müsste ich aber eine Errungenschaft kriegen. Reparieren. Reparieren, reparieren, reparieren. Toll. Scheiß Feder. Flieg die einfach weg. Ja. Passiert. Dann werde ich mal... Speichern. Hey! Ist was gewachsen. Ja. Toll. Speichern mal. So. Wunderbar. Meinst du, dass im Dorf noch was ist wieder? Äh, da wollte ich gerade hin, als ich die Viecher entdeckt habe, ja. Also wieder was. Und... Ah, komisch, dass die dann sofort in unsere Richtung laufen. Ja, die haben mich halt gesehen. Achso. Nee, glaub ich nicht. Doch, doch. Ich war ja direkt davor. Aber wie kommen die überhaupt da raus? Die können doch nicht mal klettern. Bitte. Vielleicht werden sie einen auftragen. Von wem? Von den Mut... äh, nicht Muttern. So. Ich mag den Bogen. Super. Ja, kann man machen. Aber irgendwie... bei mir bringt der nicht so viel gefühlt. Du kannst halt nicht abwehren währenddessen. Oh ja. Schlecht. Das ist schon nicht so gut, oder? Nee. Die Knochenpfeile würden mich interessieren, wie stark die sind. Knochenpfeile? Ich hab den... 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 Vogel im Flug erwischt. Nois. Aha. Fünf... Knochen über das Bogen war im Stock. Also der arme Vogel aber schon scheiß. Ich hab nur drei Knochen. Bäh! Ha! Jetzt müsste ich eigentlich genug... Tottenrüstung, bevor sie winnen. Hast du die schon angezogen? Alle drei jetzt. Stürze. Kann du mich schauen, Domi? So war das mit dem Reparieren. Weil ich's gerade sehe. Ne, wurscht. Wir haben's doch vorher auch. Ha, ha, ha. Geil! So dumm einfach nur. Ha, ha, ha. Habs repariert. Kann ich jetzt vielleicht endlich mal, ähm... ... die Affigis bauen? Das können wir aber noch machen. Äh... Ne, man kann keine Affigis mehr bauen. Ja, ja, wie viel Stärke hast du? Meine sinkt gerade. 20,3. Äh... Warte. Stärke, da muss ich kurz... 80. Wo ist das? Ja, weiter rechts. Ist das ganz rechts? Ne. Das zweite... Moment mal, wieso eigentlich... Wieso reden wir über Knochenpfeil und... Da ist nichts. Äh, 20,2. Ich hab 20,3. Für die... Wir müssen was essen. Fünf. Fee, du isst mein Ding weg. Ich sag' dich das, Rita, dann knall ich dich auf. Kannst du nicht mehr eins weg? Kann ich ja nicht. Gibt's doch nicht. Ha. So. Ich hätte dich abgeknallt, wie sag's dir? So, ich brate mir auch zwei Fleischchen. Nebenbei noch so Mutanten, für die bisschen Würze so... Bäh. Echt? Los. Ja. Der liegt daneben und verbrennt grad. Jetzt können wir mal die Flam... äh, Feuer... äh, die... Knochenpfeile ausprobieren. Ich hab schon welche. Zack. Und fünf Federn. Ich schätz mal, dass die... Dass man da noch einen Steckenpfeil braucht. Ja, bestimmt. Und man kann trotzdem noch... Aufheizende Pfeile machen. Mhm. Das ist so geil, der Name echt. Wieso heizen die sich? Ich schätz mal, dass die Knochenpfeile... äh, stecken bleiben. Wie meinst du zu stecken bleiben? Gegner. Hey, da wachst grad ein Busch. So, viel können wir hier nicht mehr machen. Doch, eine Sache können wir noch machen, weil die haben... was kaputt gemacht. Sag mal. Was denn? Ich knallde die ganze Zeit Vögel mit den Pfeilen ab. Die ich aus den Vögeln gebaut hab. Das ist ein bisschen witzig. Hm. Naja, geht schon wieder. Wo sind denn jetzt die Defensivfälle? So, jetzt hab ich zehn Knochenpfeile. Jetzt hab ich richtig Pfeile, ey. So. Brauchst du Baumklötz? Ja, ja, vier Stück. Die Falle bauen wir wieder, ne? Ja, bauen wir die, ja. Die war ja schon krass irgendwie, gell? Mhm. Die Fell. Ich glüppsel's nun da. Aha, eigentlich wollte ich ja nach Seilen schauen da unten. Seile kann man immer brauchen. So. Ja, ja, krak, krak. Ich baue mir meinen... meinen, äh, wie heißt der? Steinzaun. Fertig. Wo ist doch eh nicht? Nein. Wie der Baum da hinten fällt. So, du holst dann... ... das Karrending, ne? Ja, ich? Ja, klar. Wieso? Ja, wenn ich's nicht hab, das muss bei dir irgendwo sein. Ach, baust du da jetzt so'n, äh, so'n Steinwall? Mhm. Äh, wo ist denn der? Ist der gut? Ach, da ist er. Wollte ich nicht. Muss doch Markierungen haben. Das find ich gut, dass der automatisch Markierungen hat. Ja. So, komm her. Sehr gut. Ja, viel brauchst du für ja nicht fällen. Wir haben doch schon längst die ganzen... Kannst du gleich mal nen Lock Holder machen. Ja, kannst du mal die Happy Birthday Treppe bauen. Was ist die nochmal? Das war die, die kaputt gegangen ist. Ah, ist das die? Was heißt die Happy Birthday? Wegen den Kerzen oder was da oben waren? Ja, äh... Überraschung. Das ist mich witzig. Jetzt nicht noch mehr... Da ist schon wieder Warnung. Aber es ist nur ein Grauber. Bis jetzt. Ja. Nimmst du jetzt den scheiß Baumstamm da, ey? Ich glaube, es sind mehr. Der pöbelt ja rum. Ja, da ist wieder irgend so einer mit ner Leuchte wahrscheinlich, so wie das klang. Was denn jetzt ne Leuchte? Ich fahr mal weg hier. Ich hau ab. Ey! Ich fahr dich... ich nehm dich nicht mit! Der ist fast drauf sprungen, ey. Ja! Scheiß, Anhalter immer, ey. Oh, ich bin fast daut. Ich bin fast daut. Alter Shit. Ach, ich bin tot. Klar. Ich hab abgewehrt, aber okay, klar. Soll ich aufheben? Ja, schon. Würde mich freuen. Jetzt hab ich wieder keinen... Welch großer Fan. Ich brauche... warte, ich... Ich muss jetzt zuerst... Na, bau erst mal. Schon okay? Ich hab Zeit. Ja, ja. Die knabbern gar nicht an mir rum. Nicht? Macht ja nichts. Keine Ahnung. Der schleicht sich ja nicht nur noch an. Der hat den anderen geschlagen, oder? Mhm. Jetzt hat's Angst. Ist da noch mehr? Ich werd jetzt gleich abhauen. Ja. Ich muss erst mal aufstehen. Hahaha. Ja. Logisch. Gleich wieder tot. Scheiß spawnen vielleicht. Die haben... Die waren schon früher auf der LAN-Party immer scheiße, die Leute. Ja, schon. Weicht's einfach aus. Schub, gell? Das ist gefährlich, wenn die ausweichen. Mhm. Weil sie dann gleich drauf zuschlagen können. Mhm. Und dann bist du am Arsch. Die sind so scheißlangsam, das Ding echt. Komm hier. Zeitwichser. Aber klar, dass er wieder nichts zuschlägt. Ja. Ja. Pass lieber auf. Ich hab noch Zeit. Ich hör dich stöhnen bei mir. So, ein kleiner Wichser. Ich geh jetzt erst mal ins Lager. Tue ich. Ich zieh schon wieder nix. So. Ich geh jetzt erst mal ins Lager. So. Du hast nur noch die Stöckchen. Ich hab keine Medizin mehr. Benzin? MEDIZIN. BENZIN. Benzin! Wir brauchen noch zwei Stöcke! Stöcke? Die könnte ich haben. Wo ist das? Wo ist das? Hab ich. Hab schon. Perfekt. Alles wieder so wie es war. Perfekt! Boom! Bis auf die Treppe. Die können wir noch schnell platzieren. Die können wir nach innen platzieren. Ja. Ich wollt grad sagen, außen ist jetzt nicht so der Burner. Der Burner. Das ist witzig, weil ich sie von da aus immer anzünde. Du siehst aus, als wärst du bescheuert, wenn du da rumplanst. Wieso? Ja, du guckst halt so. Dann rutschst du immer so ein bisschen und dann rutschst du wieder ein bisschen. Und dann denkt man sich so, hä, was macht der denn da? Was macht es denn? Den müssen wir da wegstellen. Jetzt machen die den wieder kaputt. Was? Ich seh schon wieder nix. Scheiß Wind. Ich geh jetzt nicht raus in den Wald. Hast du überhaupt noch Bäume gehabt? Ich weiß es nicht. Schau mal schnell. Wie viel hast du denn eingesammelt? Also ich hab drei Bäume gefällt. Eigentlich müsste nur was da liegen. Ja, eigentlich. Ja. Hast du noch mehr? Eigentlich müsste da nur einer liegen. Hier, bisschen weiter da unten. Normal, weil's eigentlich mal aufgeht. Da unten. Er rollt weg. Sticks. Ah, schon wieder einer. Echt? Eigentlich müsste aber trotzdem noch was da sein. Wir müssen noch einen Baum fällen. Mit vier. Ja, da sind aber welche. Ich fäll jetzt nix. Doch. Nein, da ist aber einer. Lauf nicht durch die Falle durch, gell? Jaja, war scharf. BUM! Hier, bräuchte noch mal nen Stick. Ja, da kannst du mich aufheben. Ja, leck mich doch am Arsch. Wenn ich die Axt raushole, greift er mich an. Scheiße, Penner echt. Mein schöner Health-Max. Ist nicht schöner nix. Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht! So, den baue ich noch. Ey! Ich glaube, es hackt. Was denn? Schmeiß dich jetzt da unten rein. Da noch die Keule. Hä? Wie bist du jetzt grad über diesen Baumsturm drüber gesprungen, wenn der noch gar nicht gefällt ist? Tja. Was die so alles können, ne? Oh, das sind ja viele. Also es werden immer mehr, gell? Nur grad... Also zwei sind das safe. Das sind eher drei. Komm lieber mit. Ich hab's vergessen. Gefühlt. Ah! Geh mir nicht in den Weg! Ich will doch nur diesen einen Baum noch fällen, dann ist alles fertig. Dann können sie es einmodden. Ja. Hab leider nach mir geschlagen, oder? Ich wusste es doch. Ist das nochmal welche? Oh, ihr Scheiß-Wichser ist echt... Geht die mir auf den Sack. Na, jetzt ja. Kommi, hier! Was hier? Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt! Ich bin beschäftigt! Ich bin beschäftigt! Ich bin beschäftigt! Los! Wo ist der andere? Welcher Baumsturm? Ich bin beschäftigt! Nein, da ist noch einer! Komm, wir brauchen noch zwei Stunden! Das ist noch einer! Wo sind die denn? Von wo ich herkomme? No, ne. Ich sehe nichts. Mal klar... Ah da! Passt, beide? 1-2. Tod. Was? Eif! Der hat die Meer geflucht! Na, j habe keinen Alkohol. Scheiße! Passt welchen? Nö, passt schon. Komm, dann besaufen wir uns. Das Ding fertig ist. Was ist da eigentlich? Jawoll, wir sind endlich fertig hier. Oh, Blueberries. Was? Ich hab dir was übergelassen. Zwei sogar. Drei sogar. Was? Drei, du Fixer? Das ist nicht faires Teil. Ich hab nur zwei gegessen. Das ist selber schuld. Okay, dann hol ich den jetzt kaputt. Nee, kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Dann kann ich mal wieder eine Rüstung bauen. Perfekt, alles aufgebraucht. Wir speichern. So, und ich hätte es mal fast dann beenden wir das Projekt damit. Wir sehen uns dann bei was anderem wieder. Bis zum nächsten Mal. Ey! Reparieren. Du, da ist schon wieder was. Wir sehen uns dann. Adios.